Heyo Leute was geht und herzlich willkommen bei einem neuen Video mit dem Rainbow Gamer Leute und heute mit dabei ist der Riva Codex sag mal was und noch der Elvan Nito den ihr alle kennt Hii Ja heute spiele ich Squats und ja und ich nehme ne Gurke gleich in den Mund das ist meine Challenge Du hast gerade kurz gesagt gell nicht Squats sondern kurz Hahahaha Er sagt einfach richtig chinny cross Ja moin Marky ist in unserer Runde hier ist Marky Leute hier ist Marky Wo ist Marky? Hier waren gerade zwei Leckkuchenmänner einer davon war Marky Ich habe das gesehen an den Rücken Scheiße Marky ist in unserer Runde Marky ist in unserer Runde Scheiße Komm wir gehen Retail Row alter Alter wenn der jetzt auch Retail Row geht ich bekomme Schiss in der Hose alter Das ist meine Unterhose Dann ist meine Unterhose gleich komplett schwarz alter Oder braun Schwarz oder braun ist meine Unterhose gleich Und noch ein bisschen Gelb dazu Ne eher nicht Weil ich scheiße mich Bevor ich pinken kann scheiße ich erstmal komplett ein Bevor ich pinken kann scheiße ich schon Leute ihr merkt man kann Elbadito gut zum Lachen bringen Tja Aua! 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 Leute wir gucken mal den Elbadinkso den man so leicht zum Lachen bringen kann Ja Jaja 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 So Leute ich mache jetzt die Gurkenchellen Also grüne AR, okay, blaue AR, ah, blaue, da ist eine Kuh, da ist eine Kuh, da ist eine Kuh. Ja, aber die ist eine Kuh. Oh, was ist eine Kuh? Oh, Pimpikreierarten. Oh, blaue Pump, blaue Pump, Alter. Oh, ich guck mal, ich guck mal bei Riva Kosex zu. Komm Riva, Riva, Riva Kosex, wie weiß ich denn? Komm, Töscheli, okay. Sind meine Kranaten angekommen? Wo ist der, wo ist der? Töscheli, Riva Kosex. Töscheli, Riva Kosex. Geh rein, geh rein. Geh rein, geh rein. Geh rein. Higa, nein! Higa! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mach auf, mach auf! Guck mal! Der, der Toleckenstopp verkommt! Oh, oh, oh. Oh, oh. Nein! Es war eine Sekunde davor und ich habe wieder meinen Controller repariert. wird ich so leute warte erst mal weinen so so die Gurke habe ich jetzt gegessen ey Riva Kodex ich habe doch gesagt pass auf ich nehme jetzt einen Gurken skin er esst einfach weiter ja moin was ein dirty ich nehme jetzt wieder eine Gurke während der Runde nein nein deine Gurken Challenge funktioniert Emma ja okay dann geh ich offline wenn du nicht dann geh ich offline bitte bitte niemand geht auf bitte ich meine ich ich warte ich helfe jetzt bei mir schnell vor wie ich 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 hasse ihn! Hilfe! 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 Digga, ich hab 4 Kills! Digga, willst du mich schicken? Digga! Ey, was hab ich gerade gesagt? Erstmal weiter zum Glück essen! Bruder, ich geh kurz am besten! Oh mein Gott, Leute! Was war das wieder für eine Runde? Ja! Warte, warte, warte! Boah, Leute! Was war das wieder? Hallo, seid mal leise! Was war das wieder für eine Runde mit der Gurke im Mund, Alter? Du nimmst jetzt keine Gurke mehr, sonst... Wie gibt's denn eine Gurke? Mit meine Bombe! Alles klar! Nein! Hallo! Hallo! Hör auf! Hör auf! Mach jetzt! Mach jetzt! an! Mach an! Hallo! Mach an! Mach jetzt an! Mama, wo ist dein Kabel? Aber weiter! Mach's jetzt! Mach's! Oh, 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 oh! Ich glaube, Tätig für Gewaltigung. Ich glaube, Tätig für Gewaltigung, warum das wird. Aber nein! Ah, scheiße! Meine Gurke! Manch, bringst du raus! Ey, ey, Elbandito! Manch, bringst du raus! Wir sind schon rausgesprungen! Ey, bandito! Schreck! Ey, bandito! Ey, bandito, mir ist gerade beim Lachen ist mir gerade... Hallo, ey, bandito! Beim Lachen ist mir gerade die Gurke aus dem Mund gefallen. Mir ist einfach die Gurke aus dem Mund rausgefallen. Okay, ich nehme wieder die Gurke in den Mund. Hallo! Hallo! Oh, ja, ja! Oh, oh! Oh, oh, Hilfe, Hilfe! Bitte, Elbandito, Elbandito, Hilfe! Bitte! Hilfe! Hilfe! Einruhe! Ah! 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 Oh, ich habe ihn! Komm her, Elband! Elbandito! Komm jetzt! Komm! Komm! Nein, ich komme jetzt nicht! Doch, komm! Ich habe gerade eine richtige Titsch, Vergewaltigung, Unterführung, unterführt, und so einer wirklich vergewaltigend. Ich meine es auch ernst! Oh! Komm jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! Okay, grüß! Ich habe dich! Ich habe dich nicht rum congregationанием gewonnen, unterführt. Nein! Nein! Komm jetzt! Komm jetzt! Stop. Jetzt. wohin gehst du oder gar um ein guter kürzlich führte man war ja scheiße fünf klick jetzt jetzt gerade zu jascha warte 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 ich gehe jetzt schon so ein machen fünf pilz alter ich sehe ich mit meins und 6 also 6 er trotz von euch die ganze Zeit 6 zu sagen Prozent nach man die ganze Zeit 6 6 6 6 6 die ganze Zeit 6 6 6 6 6 bei mir geht das nicht bei mir geht das nicht ich bin ich habe 6 gemacht bei mir geht das nicht warte ich möchte andere noch mal Riva Kodex Kodex sagt man die ganze Zeit 6 scheiße ich habe keine Metz ich habe sechs geht sechs geht es dir was willst du 6 was willst du und geht insgesamt was willst du lang ich bin besser geworden ein Pro ja der beste Kitsch für gewaltiger Pro für gewaltigstarten die Gegner gehen ja es gibt aber schön eine Strafe für dich und eine Anzeige oh mein Gott oh mein Gott kommt Chucky bist du das ja das ist Chucky hallo oh oh das ist so einfach hallo ah das ist Chucky den hole ich jetzt bau komm hol Chucky hol dir Hühnchen hol dir Hühnchen WTF wie hat er mich geholt wie hat er mich geholt wie hat er mich geholt ey ey wieviel Leben 72 halt das Maul halt das Maul Digga ich bin besser als du ja deswegen hast du ein Kill und ich sechs ne ja ich hab sieben Kits gemacht du hast mich sechs gemacht ja 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 ok Leute das war's mit dem Video ich hoffe euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal tschau